Heute bestimmen Termine und deren Organisation unseren Lebensrhythmus. Mit BMW Connected unterstützt BMW seine Kunden nun mit einer Vielzahl an hilfreichen Informationen. So verbindet BMW Connected beispielsweise Termin-, Strecken- und Verkehrslageinformationen und zeigt diese in Echtzeit an. Zehn Minuten vor einer errechneten Abfahrtszeit wird der Nutzer dann zudem mit einer kurzen Nachricht informiert. Über den integrierten Short Message Service ist es außerdem möglich, weitere Teilnehmer eines Termins unkompliziert über die voraussichtliche Ankunftszeit zu informieren. Durch die automatische Synchronisation der persönlichen Devices, wie hier dem iPhone und dem Fahrzeug, werden alle relevanten Daten direkt in das Navigationssystem übernommen. BMW Connected berücksichtigt zudem bei Bedarf auch die sogenannte Last Mile, also den Weg vom parkenden Fahrzeug bis zum eigentlichen Ziel. Wir bei BMW glauben, dass die Digitalisierung unser Kernprodukt Fahrzeug, also auch die Nutzung des Fahrzeugs durch den Kunden sehr sehr massiv in den kommenden Jahren verändern wird. Das bedeutet, das Fahrzeug wird das ultimative Smart Device verglichen mit einem Smartphone oder einer Mobile Watch oder dem PC zu Hause. Das heißt, Kundenerlebnisse, digitale Kundenerlebnisse werden nahtlos über verschiedenste digitale Touchpoints ausgespielt. Sie sind kontextsensitiv, personalisiert und wir haben eine Konnektivität in jedem Fahrzeug, die das Fahrzeug letztendlich permanent online halten kann. Aber BMW Connected ist mehr als nur ein Helfer bei der Terminplanung. BMW Connected ist intelligent, es lernt Ziele, wir nutzen Machine Learning, um zu wissen, wo brauchen unsere Kunden Unterstützung, wo fahren sie regelmäßig hin. BMW Connected kann sehr leicht Ziele übernehmen aus allen möglichen Apps, aus dem Kalender, aus einer Textnachricht, die ich eigentlich von einem Freund erhalten habe oder auch aus anderen Zweitparty-Apps und damit sozusagen meine Mobilitätsagenda sehr leicht füllen und mit dem Fahrzeug verbinden. BMW Connected wird somit nach und nach immer mehr zu einem personalisierten Assistenten, der seinem Nutzer hilfreich im täglichen Leben zur Seite steht. TV Gelderland 2021 Man 1 Man 2 Man Und